Guten Morgen, heute bin ich mal Tester und zwar ein sogenannter Spiruli-Tester. Spiruli befreit mit alten Extrakten von Spirulina, Platensis und um Gottes Willen Lithoharmanium Caledrum aus fermentierter Holunder Zitronenbasis, Vitamin B12 plus Aminosäuren aus planetenkonformer Herstellung. Alkoholfrei, kohlensäuerhaltig und ganz wichtig, es ist kein Chemiedrink, kein Schrott, so naturelle Sachen. Hört sich schon mal gut aus und das nennt man ein sogenanntes veganisches Meergetränk. Nur gleich mal vorneweg, ich werde nicht gesponsort. Ich habe kein T-Shirt von der Firma, draußen steht auch kein Ferrari und kein Porsche. Ich mache sowas freiwillig. Warum? Weil ich es gut finde. Erstmal finde ich die Farbe von der Flasche geil, ich stehe auf Blau. Und zweitens Spiruli bzw. die ganzen Naturextrakten ohne irgendeinen chemischen Zusatz finde ich einfach genial, dass jemand sowas macht. Und noch was, es ist nicht nur für Veganer, sondern auch für ganz normale Menschen wie für mich. Jetzt kommt der Test bzw. ich habe schon ein bisschen was probiert, es schmeckt lecker. Aber nochmal, es ist wirklich ein klasse Geschmack. Man schmeckt einfach nur Natur. Es ist nichts Synthetisches dabei, nichts Künstliches dabei. Es ist ein bisschen natureller Zucker dabei, ganz normaler Zucker. Und zwar sind wir hier bei knapp 4 Gramm pro 100 ml. 330 ml haben wir. Da haben wir so 12, circa 12 Gramm Zucker. Und das ganz ohne irgendwelche chemischen Zusatzungen. Also ich finde es gut. Wer es probieren möchte, ich schreibe mal unten drunter die Webseite der Firma. Guckt mal rein. Wenn wir uns auf frei. Werbefrei. Keine Schleichwerbe.